Willkommen zurück zu einer neuen Runde H1Z1 Battle Royale zusammen mit Gemos mit und Fresh Fries. Hallo. Und da. Ich weiß gar nicht wohin wir fliehen. Ich auch nicht. Zu diesem Hotel da. Motel. Keine Ahnung wie das heißt. Hotel? Ja darüber nach Westen. Ah ja. Ich bin irgendwo. Ich bin bei Boomchicks. Ich komme glaube ich bei der Holzhütte vorher runter. Ja ich schaffe es schon noch gerade so. Wenn überhaupt. Ach so bei Hemingway seitdem. Hemingway. Hemingway. Sagt es doch gleich Eifel. Ja. Eifel fehlen da mal wieder die Worte wie immer. Aha. Erste Haus war schon mal geiles Loot. Ne Helm? Wow. GG. Gleich so viel mein guter Herr. Übertreibbar. Fuck. Ganz viele Spieler. Echt? Das ist kacke. Das waren wohl seine letzten Worte. Oha. Der mich glaube ich nicht hin. Ne ne. Ne ne. Ich laufe jetzt einfach mal Richtung zu euch. Hotel ist ne Piste. Beziehungsweise zu dem einzelnen Wohnwagen laufe ich hin. Ah ich scheiß mal. Oder zu Boomchicks hinein. Meinst du willst du es riskieren oder was? Ja die looten im Moment noch die Wohnwegen. Also wärs jetzt noch die Chance. Eifel wills wissen. Nicht Willi wills wissen. Eifel wills wissen. Mhm. Kennt ihr das noch? Willi wills wissen. Ja. Eifel kennt auch gar nichts. Er kennt nicht typisch Andy. Er kennt nicht Willi wills wissen. Hm. Es ist so dein Alter ne. Es ist zeitlos. Aber hier ist nix. Ich hab ne AR gerade. GG. Ich hab ne Magnum. Ich hab nix. Ich hab Fäuste. GG. GG. Einfach weil ich's kann. Awesome. Alter. Hier sind ja viele Rucksäcke ne. Das muss ich denen ja lassen. Aber kann ich nicht auch mal ne AK sein oder so? Ach so. Deswegen find ich in den Scheißhäusern hier nix. Warum? Weil du vor mir läufst. Könnte so sein ja. Wir hatten eine Challenge. Hier liegt nur ne AR drüben. Wo? Auf dem. Ah auf dem Tresen. Ja ich seh's. Einer hat ne Challenge dagelassen. Landet und bewegt euch dann nicht mehr. Einfach sieben Minuten. Einfach AFK in ihr. Okay. Wer länger überlebt oder wie? Ja auch Blödsinn. Ja wir landen am selben Punkt da. Hier liegt ja noch ne AR. Echt? Hab ich übersehen. Ja eine lag am Tresen. Bei den Kassen. Und dann lag noch eine beim anderen Tresen. Ja ich hab ja schon zwei von da. Ja ja ist dir egal. Bist du in der Tanke drin oder wo bist du? Okay. Dann renn ich zur anderen Tanke. Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Was denn? Dann renn ich zu der Tanke. Oder hast du die auch schon? Nein nein noch nicht. Okay. Ich hab noch nix. Und dann ist ja gut. Platz mit X war wohl nix. Da ist noch ne AR. Na ne mit. Ja ja hab ich schon. Also die Moon. Den Rest kannst du ein IV geben oder so. Die IV. Äh die I4. Die AR kann ein IV haben. Aber. Aber. Hab ne AK. Lava doch kein. Ich hab ne AK beim Wohnwagen. Nein im Wohnwagen. Am Tisch. Am Tisch. Oh du Pisser. Ich geh schon mal südlich Radioaktivlager. Und ne AR hab ich auch. Kurzen. Kurzen Dings holen. Auto. Radioaktivlager. Boah First Aid Kit alles. First Aid Kit hab ich auch von nix. Und AR. Und AK. Hat sich gelohnt. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist auch immer der Wohnwagen wo immer fresh stehen bleibt und sagt ah ich hol mir ne AK raus. Ah ok. Und bisher gab es noch nie eine für mich. Ja eben. Oh man. Ich lauf einfach genau in der Mitte der Straße. Unser Mate ist tot. Einer von denen. Der hat aber einen mitgenommen. Und der andere ist gelieft. Die waren scheinbar zu zweit. Geil. Und der Tod ist es noch nicht gelieft. Ja. Geil. Wahrscheinlich reportet er grad. Achso. Dauert ja nicht lang. Ah jetzt. Jetzt ist er weg. Erstmal den Button finden und so. Das dauert schon. Oh mein Gott. Das dauert schon. Ja ja. Der ist ja so klein und winzig. Lauf einfach genau in der Mitte der Straße. Junge. Ja ich lauf auch in der Mitte der Straße und hab das gelbe T-Shirt an. Dort unter dieser Brücke. Da ist ja auch immer so ein Ping-Ding. Ich glaub wir sind gerade über die Brücke gegangen. Au wir müssen an den Osten. Okay passt aber eh mit der Autoroute. Ja wenn wir ein Auto finden. Naja Alfie holen wir nicht ab. Den lassen wir da. Ja natürlich das wäre ein Umweg. Du ich werde schon in meine Richtung Ost-Süd-Ost. Wir gucken mal. Ob wir Lust haben dich abzuhören oder nicht. Hm. Oder dich überfahren wollen. Falls wir überhaupt ein Auto kriegen. Das wäre so mies wenn nicht. Wenn nicht wird das eine sehr laufintensive Folge. Ach du ich lauf schon einmal jetzt mal Ost-Süd-Ost. Das passt dann schon. C9. Jetzt geht das große Sterben los. Ja aber ordentlich. Ich glaube ich lauf jetzt nach Osten. Frisch wenn du ein Auto findest. Hau ich dich nicht ab weil du mich allein im Stich gelassen hast. Ja natürlich. Mir möchte jemand bei der Übertragung zusehen. Aha nee nicht wirklich. Wer? Ja keine Ahnung. Irgendwas mit M. Mino oder irgendwie so. Noch nie gehört. Mimo 70? Na warte ich guck nach. Ach ist es nicht. Der wollte mich ätten. Mimo 70. Ist das nicht Dominik oder so? Nee Dominik heißt anders. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube das war einer von denen die wir kennen auf jeden Fall. Kennen tun wir ihn irgendwie schon. Ja da wurde jemand mit der AK getötet. Soll vorkommen. Ja. Ist ja ne Schusswaffe. Also tödlich. Sollte die sein. Kein Auto bisher. Jetzt die letzte Chance. Wieso kann mir der? Wenn da kein Auto steht dann. Der kann mir sogar zusehen sehe ich gerade. Hab ich Arschkarte. Oh Mann. Dann hast du es offen für Freunde. Ich seh das gerade. Na ihr müsst mir jetzt sagen wie viele Spieler das immer noch liegen. 57. Ja weil ich es nicht mehr sehe. Oh ich bin falsch gelaufen. Oh fuck das kostet nochmal viel Zeit. 56. Ja hier liegt nochmal ne AR. Geil. Falls ihr ein Auto findet. Na ja sicherlich nicht. Also ich glaube nicht dass bei mir ein Auto sein wird. Ne ich laufe eigentlich auch nur querfeldein Richtung Osten. So ab nach Osten. Schnell 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 schnell. Ich könnte vielleicht noch Glück haben am Jeep Dorf. Ja ich bin direkt beim Berg. Ich bin C9. Ich bin C8. Ich bin auch C9. Gleich mal 2. Aber mein Mikro ist zumindest gemutet. Er hört einfach nichts. Er sieht nur wie man spielt. Na ja. Er hört tut man nichts. Aber ich glaube das ist Dominic. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte gut möglich sein. Ist er schon wieder in TS gammeln oder wie? Ich weiß es gar nicht. Das ist ein Haus. Da gehe ich mal kurz rein. Vielleicht ist ja was drin. Ah du bist unter mir. Du bist unter mir. Ich bin bei dir. Ich bin auch mal am Berg. Hier ist noch ne AR. Ja nimm. War auch noch eine. Oder hast du schon Munition? Ja warte dann nehme ich einmal Munition mit. Oh einmal Schotti. Ja Munition kannst du haben Eif hier. Ohne Witz. Ich habe jetzt 360 Schuss für die AR. Achso hast du gleich mitgenommen oder? Ja. Okay. Ja lauf mal weiter und dann gebe ich sie dir später. Ja ja. E9 müssen wir. Bei AR an sich hast du ja. Oder? Ja. Okay. Ja ja hab ich. Dann passt's ja. Dann passt das ja. Jetzt guck mir der einfach zu. Kann man nicht mal in Ruhe spielen hier. Ich hab echt kein fucking Auto. So. D9 sind wir schon. Na sie schaffen wir eh locker. D9 bin ich ja. Weil wenn's Gas losgeht haben wir noch immer 3 Minuten. Ja dit. Das kriegen wir hin. Vor allem hier. Wir haben gerade Wakehilds heimnet. Oh manne. So 30 Sekunden noch bis zum Gas selber. 5 Minuten haben wir jetzt noch um zum Safe zu kommen. Machen wir irgendeinen Treffpunkt oder so? Keine Ahnung. Ja erstmal in die Safe Zone kommen würde ich sagen. Erstmal alles Safe und dann kommen wir noch. Lauf noch ein bisschen nördlich. So Ost, Nord, Ost. Eif hier. Ist glaub ich besser. Eieiei. 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 Ich mein wir könnten auch zu diesem Dorf laufen. Müsst jetzt auch gleich kommen. Dorf ist safe. Das Dorf dauert noch ein bisschen bei euch glaube ich auch. Bei mir ja auch. Ja es geht. Wir würden es auf jeden Fall schaffen. Ja ja schaffen. Da unten ist noch so Camping Ding. Wirst du da hingucken oder wie? Ja da ist. Da war schon paar mal AKK. Ja wieso nicht? Dann guck mal. Aber heute nix nur ein Messer. Oh schade. Oh ich lauf jetzt an dem Ding wo manchmal ein Quad noch steht. Aber mittlerweile sind wir D8. Dann wird das schon mal angenehmer hier. Ich bin D9. Ja. E8. E8? Ja dann sind wir eh gleich safe. Ja. Ja und? Und theoretisch dieses Haus suchen. Beim Berg. Ah das ist direkt über uns. Ja ja das ist so links. Willst du da hin? Wissen wir jetzt nicht unbedingt. Ich meine ausgerüstet bin ich ja mal ein bisschen. Ja hinschauen können wir ja mal. Komm bitte ein fucking Quad. Aber links hinter uns jetzt. Ja komm dann weiter erst mal. Bitte ein fucking Quad. Steht da hinten ein Quad? Sehe ich das richtig? Ist das ein Quad? Das ist ein Quad. Das ist ein Quad. Du 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 du. Du 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 du. Was ich sagen wollte ich habe ein Quad. Ja schön für dich. Dann kannst du mal Autos suchen. Ja. Dann such mal. Nein. Nein. Nein das Fenis Barplan. Nein Spaß. Nein. Am nächsten Waldrand halte ich dann kurz an. Und so ob ich dir ein bisschen äh Dingenskirchen. Äh ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Was schon passt schon. Was schon. Weil. Jetzt sind wir ja schon in der Safe Zone. Mhm. Mal fresh Pfeil sehe ich auch. Ja klar der düst ja jetzt. Hier steht ein Sieb ohne. Aber der Sieb steht hier nicht nochmal. Da ist jemand dran. Töte ihn. Boah, nice. Hey, der ist Container. Du dort, oder? Wat? Nee, ich sitz hinterm Baum. Also, ich hab'n Jeep. Achso, ich bin bei diesem Container da am Berg. Ja, ich dropp dir grad die Moon. Achso, na, warte, warte, ich komm sofort. Äh... Ich dachte so, what the fuck, der Jeep steht hier nicht noch mal, ich guck so rein. Ah, shit. Der Jeep steht hier wirklich nicht noch mal. Das ist ne lustige Zahl. So, Drop. Was heißt da lustige Zahl? I4. Ich muss dich nur noch finden, ich muss dich nur noch finden. Hier stand ein Quad auch nicht noch mal. Das war auch schon ein bisschen runter. Ich hab' gesagt, wenn wir den Wald erreichen, dropp' ich dir die Moon. Wo bist du hingelaufen? Ich such' dich grad. Ah, hier, ich seh' dich. Hier unten hinterm Baum. Ich komm' in eure Richtung langsam. Ja, passt. Ich nehm' hier noch ein First Eye Kid mit. Was ich hier so auf dem Weg finde. Dankeschön. Oh, nice. Ja, war 111, ne? Ja. Nice. Ich hätt' hier auch 69 droppen können. Ach, passt schon. Ihr seid irgendwo am weites Rand? Ja. Sag mal, wenn ihr mal im Fall seht, in welche Richtung ich muss. Wir sehnt dich nicht. Also wir sind bei E8. Ah, nördlich, nördlich. Einfach nördlich? Nördlich. Nördlich, ja. Ach, da unten fährt er rum. Beziehungsweise nord-westlich vielleicht ein bisschen. Wo ist denn Westen? Da. Ich muss jetzt nur schauen, ob ich irgendwo sehe, weil du bist jetzt beim... Ah, hier. Bleib mal stehen. Ah, passt. Da kommt was. Wuhu. 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 Einsteigen. Haben wir uns einen Jeep klar gemacht. Ui. Ein wunderschönes Modell. Originalteile. Nein. Wirklich. Wirklich? Oh Gott. Ja, aussteigen. Wirklich? Ja. Das gibt's nicht. Hast du toll gemacht, Fresh. Das gibt's nicht. Du kommst mit dem Jeep, wir steigen ein und kippen instant um. Toll gemacht, Fresh. Ich wollte halt auch Vehicles destroyed haben. Das muss man immer dabei haben. Oh Mann. Außerdem habe ich den Jeep ja unrechtsmäßig erworben. Das war ein... Unrechtsmäßig? Rehlerbarer. Ah. Ach so. Deswegen. Ja, gehen wir mal da unten zur Straße. Da steht bestimmt noch was Nettes rum. Ja, mal Richtung Dorf, oder? Ja, ja. Da du ich einmal. Da steht bestimmt was Nettes, ne? Ja. Und wenn's nur ein Gegner ist. Wir steigen ein und er fällt um. Oh Gott. Okay, vielleicht sollten wir doch nicht mehr zum Tor ab. Oder? Ich weiß es nicht. Hm. Nö, würde ich nicht. Ja, wenn dann ganz ans Eck. Wenn dann ganz ans Eck. Wenn dann ganz ans Eck. Muss man nicht riskieren. Muss man nicht riskieren. Wir können durchlaufen. Wir können durchlaufen. Durchlaufen, schnell gucken und dann wieder weg oder da ist. Ja, natürlich. Ja, dort wo meistens der Jeep steht dort. Ja, natürlich. Und das spielt ja auch mit. Das ist richtig der Suchti. Vor allem meistens ohne Waffe. Ich glaub der joint uns immer hinterher oder so. Ja. Voll der Fanboy. Ja. Richtig nervig so ein bisschen. Ist schon so Stalker-like eigentlich. Der verfolgt uns doch immer hier ingame. Hab ich schon mal gesehen, dass er uns verfolgt. Ja. Da hinten ist er auch. Seht ihr den da rechts? Ja, ja. Aber der ist immer ganz grün hinter den Ohren. Ja. Meinsmal steht ganz oben. Dann geht einer ganz oben gucken. Ich geh Richtung Tanke. Guck da, ob da was steht. Einer links oben. Da steht manchmal. Ja, ja. Da schau ich ja. Hey, i4. Hier. Hallo. Again. Hier ist Ken Cheap. Hallo again. Ne. Hier steht ein Pickup. Ich hab ein Pickup. Ja gut. Wir halten den Daumen an der Straße raus. Sogar noch fahrtüchtig ohne irgendwas rausgenommen. Jo. i4, wo bist du hin? Ähm, noch bei dem Haus. Ich komm schon. Haben keinen Daumen gesehen oder so. Das müssen wir nochmal. Hast du meinen kleinen Daumen nicht gesehen, den ich ausgehalten hab? Jetzt können wir uns wieder drehen, ne? Wieder umkippen. Kipp. Das wär so lustig würde ich mich jetzt drehen, so aus Versehen. Natürlich. Ja, 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 ja. Ich lad mal kurz meine Shotgun nach. Moment. Hast du? Hast du? Gibt das schneller? Gibt das ein Typ aus dem Auto geklaut? Ja, ja, okay. Das hast du noch fertig bekommen. Ja, ja, der hatte auch noch ein bisschen was. Sprit hatte. Hatte der da noch? Glaube ich. Ne, gar nicht. Hab ich alles auch geklaut, glaube ich. Keine Ahne. Alles nur die Cloud. Ne, 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 ne. Alles nur die Cloud. Kein First End Kit. Oh, Eifel. Ba! Ba! Ah, ja. Welche Waffe hab ich jetzt ausgerüstet? Ah, gut. Es ist so geil. Na, man muss alles immer checken. Meine Schwester backt jetzt übrigens Kuchen gerade. Riecht man's? Riecht nicht, aber man hört es. Man hört nämlich das fucking Rühlgerät. Weil die Küche ist direkt neben mir. Heute Morgen bin ich auch wach geworden, weil zwei wild gewordene Frauen in der Küche gegackert haben. Ah. Sorry, ich hab nen Schuss gehört. Riecht ich nicht. Ich kann aber nicht sagen von wo. Vielleicht war das draußen bei dir auf der Street. Ja, natürlich. Bei mir ist Ghetto. Ja, ja. Bavarian Ghetto. Hab gehört, bayerischer Wald ist richtig krass. Ja, ja, natürlich. Wenn da ein Bauer mal sein Schwein falsch schlachtet, dann geht's da direkt ab. Ja. Auch da der Bauer das falsche Schwein schlachtet. Ja, ja. Dann wird abgeschlachtet. Falls halt die Ehefrau von einem erwischt anstatt das Schwein. Ist ja quasi dasselbe manchmal. Oder wenn der Jäger aus Versehen zwei Dinger wieder erwischt. Zwei Leute die spazieren gehen. Soll ja auch schon vorgekommen sein. Bomberschneise ist genau hier für Airdrop. Nice. Aber das ist kein Bomber. Nein, die Bomberschneise ist hier. Also. Für den Airdrop. Deswegen sollten wir hier wegfahren und der Eiffel damit sagen. Mhm. Mhm. Wenn Eiffel sowas sagen will, dann soll er sowas sagen. Ich komm dir gleich hinter. Ja. Du geil. Ist so lustig. Mach das Auto nicht kaputt, Fresh. Oh. Airdrop. Wo rechts. Nicht mal weit weg. Willst du einen guten Ausblick drauf haben oder wie? Fresh? Ich vermute eher hier sind Gegner. Hoffen. Letzt hatten wir hier eigentlich immer Glück oder Pech. Da hinten sind welche. Sind das Gegner? Oder sind das? Das ist glaube ich eine Tonne. Ich weiß es nicht. Oder sind das Lootsäcke? Oder Tonnen? Oder? Hat halt so ausgesehen. Es qualmt zumindest ein Auto da hinten. Ne, das ist die Tonne die da qualmt glaube ich. Aber wir können gerne mal hochfahren und gucken. Ne, ist die Tonne. Aber voll geil hier. Hier liegt noch eine AR ohne Moon. Ja, die ist aber gelootet. Ja, ja. AR ohne Moon. Die ist aber gelootet. Die haben den Schlagbolzen entfernt aus der AR. Es wäre auch lustig, wenn man sowas machen könnte. Waffe sichern oder unsichern oder was? Ja, dass du hergehst und den Schlagbolzen zum Beispiel rausnehmen kannst. Das wäre dann aber glaube ich schon wieder too much teilweise. Dann wäre das nicht mehr für Casual, weißt du? Dass du halt so Waffen ohne irgendwas hast und dir das dann zusammenbauen musst. Wäre glaube ich schon wieder für die Hardcore Gamer dann halt. Wäre so Better Royal Ultra Hardcore oder so. Du bist doch ein Hardcore Gamer. Das wäre genau der richtige Modus für dich. Kann man von hier eigentlich nicht zum Airdrop gucken? Ja, man sieht den Airdrop so. Hier kommt zumindest der Bomber. Ach, das geht sich aus. Wie die Bomben droppt. So geil. Aber total am Ding vorbei. Also am Airdrop ist gerade keiner. Ach komm. Und MG geht zum Airdrop. Du beobachtest aber weiter den Airdrop. Du willst schon mal deine Abmode machen? Da ist jemand am Airdrop. Da ist jemand. Wirklich? Ja. Dann komm ich wieder. Ja, hier wird auch geschossen. Ich bin das. Das ist fresh. Achso. Er gibt dir nur ein bisschen Rückendeckung. Auch für den Arsch. Der ist auch wieder weg vom Airdrop. Willst du mich jetzt verarschen? Nee, aber keine Ahnung. Ich würde da jetzt trotzdem nicht hingehen, wenn da gerade jemand war. Weil wahrscheinlich... Und nicht stehen bleiben. Ein Singleplayer hin. Singleplayer gehen äußerst selten zum Airdrop. Würde ich so behaupten jetzt. Spontan. Ich hab ein paar Granaten dabei. Vielleicht erledigt der Bomben war das Problem ja auch schon. Drop the Bombs. Boom, boom, boom. Nee, leider nicht. Airdrop of the death. Er fängt schon wieder an. Wat fängt da an? Scheiße zu labern. Ja. Ja. Es gab mal eine Folge, glaube ich, statt der immer dieses off the death. Okay. Gut, dass ich nicht immer dabei bin. Ich glaube, Eiffel muss davon nochmal einen Rückblick reinschneiden. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Hallo. Hallo. Blick durchs Fernglas. Was? 2 Minuten. Wir sind immer noch safe. Ui. 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 So, Bomber kommt. Und? Es ist eigentlich nice, dass der Bomber hier regelmäßig am Bergfuß lang fliegt. Voll. Weil dann kommt da wahrscheinlich erstmal keiner hoch. Nee, nicht so leicht. Sniper? Mh. 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 Ich schau, ich schau Richtung Norden und Nordwesten. So immer schön in Bewegung bleiben. Woher kommen die Schüsse, ist jetzt die Frage. Danke. Wir können ihnen die komplette Moon vorbeidern lassen, wenn wir so weitermachen. Ja, das passt eh. Passt eh. Der soll nur schießen. Wie viel Moon hat man denn ungefähr? 20. Wie viel hat er schon abgegeben? 5 oder 6? 4. 5. 5. 5. Ja, 5 waren es glaube ich. Eiffel kann ja nochmal so einen Rückblick reinschneiden. Ja. Nochmal genau nachzählen, Freunde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Schüsse das waren. Ja. Der schießt aber nicht mehr. Ich glaube, er hat erkannt, dass er uns nicht trifft. Und er weiß nicht, wie man nachlädt. Er ist noch im Sniper-Modus. Achtung! Achtung! Westen. Im Westen. Im Westen. Im Westen. Ein Spieler am Hang. Da am Hang. Ich hab ihn getroffen. Er ist weg. Er ist weg. Er hat mich auch einmal getroffen. Echt? Ja. Sein Rage Bleeding hab ich. Oh fuck. Ich heil mich jetzt einmal mit Bandagen hoch, weil ich nur ein First Date Kit hab. Ich glaub, der kommt gleich oben den Hügel raus. 13 Uhr. Die Frage ist, wie weit nach da drüben ist noch safe? War der jetzt noch safe oder nicht? Da muss der ja sonst was machen, ja? Safe oder unsafe? Das ist hier die Frage. Ob er wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Licht angeht. Mhm. Wo ist denn die Sniper hin? Der soll mal wieder ballern hier. Hm. Ich glaub, das war der Sniper, der wieder nochmal rüber geguckt hat. Könnte auch gewesen sein. Kann sein. Der hat mich mit einem Schuss gehittet. Mit einem Schuss. Ja, dann war das wahrscheinlich die Sniper. Definitiv. Und hat sofort Rage Bleeding und 60 HP Verlust circa. Könnte die Sniper gewesen sein. Sniper Körpertreffer. Jetzt kommt der nächste Airdrop. Ja, du hast ihn halt abgehittet. Damit hat er wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Vor allem, der hätte dich reported, wenn's den getötet hättest. Ja, ja. Aber hätte ein Video oder so. Oder hätte wieder in die Kommentare geschrieben. I feel the Cheater. Im Osten kommt der Airdrop. Aber dafür hätte ihn fresh killen müssen. Naja. Bis ich wieder der Cheater bin. Hm. Ne, dieses... Da hinten ist er. Süd, Süd, West. Ich seh ihn nicht. Hm, ich weiß nicht. Ich glaub, das sind nur Baumwolle. Ach, das sind... Das hat jetzt ausgesehen wie das verkackte Hirschgeweih. Auf die Entfernung das Hirschgeweih erkannt. Ja, MG. Alles klar. Läuft bei dir. Ja. Im Osten kommt der Airdrop im Übrigen. Ja. Soll ich hinlaufen? Ja, wenn der erste Bomber geflogen ist erst. Selbst dann nicht. Das ist viel zu weit weg. Das ist in Cranberry fast. Wo der kommt. Ne, das ist noch vor der Brücke. Ne, das ist... Entweder auf dem Wasser. Oh, wir müssen eh runter. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Ga, ga. Und dann gehen wir ja eh schon in die Richtung. Und das Auto? Ne, wir gehen nordöstlich einfach runter. War ja nur im Vorschlag. Huiiii. Das ist hier aber ziemlich steil. Ja, kannst du runter. Bäm. Hundert. Wie schnell das war. Mega gut einfach. Besser als Schlittenfahren im Winter. Aha. Ja. Komm nochmal, nochmal. Wieder hoch. Ne. Ei, 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 Freunde. Zehn Gegner noch. Ah, okay. Es sind so noch 13 Leute insgesamt. Naja. Hast du noch einen Zuschauer? Ja, ich habe noch einen Zuschauer. Deswegen sehe ich es nicht. Ah, der wollte halt die Folge ein bisschen früher sehen. Ah, kann er bei seinen Freunden angeben. Hey, ich weiß schon was passiert. Live, let's play. Ne. Nennt man auch Streaming. Hier ist eigentlich ganz okay. Hier ist eigentlich ganz okay. Ja, ja, hier auf jeden Fall. Dann gehe ich hier zu dem rechten Baum. Was sich i4 immer rechts postiert. Ja, in Österreich guckt man das so. Ich wollte gerade sagen, das hat nichts mit Österreich zu tun. Ja, ja. Ja, ja. Ab und zu auch mal nach hinten blicken, Leute. Ja. Ach, Quatsch. Kommt, keiner mehr. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass uns jemand... Ganz hinten stehen zwei Jeeps an dem Wohnwegen da. Zwei Jeeps und ein Polizeiauto. Und ein Pickup. Ich glaube nicht, dass uns jemand von vorne jetzt holen wird. Da hat jeder ein Auto. Guck mal nach Nordosten da zu dem Wohnwegen. Alter. Da hat jeder ein Auto. Das sind vier Autos. Das sind vier Autos. Voll. Übel. Aber da sitzen 100 pro Leute drinnen. Ja, ja. Hätte ich jetzt einen Sniper, wenn die da nicht mehr drin sitzen. Jetzt müssen wir den anderen holen. Ja. Der wird jetzt... Der mit der Sniper. Ja, ja. Da oben, Arthur. Aber das... Ich wette mit dir, der Sniper vergammelt im Toxic Gas. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wette ich mit dir. Könnte gut möglich sein. Der wird sich sicher denken, wann kommen sie wieder vor? Wann kommen sie hervor? Ja, ja. Hat gar nicht gemerkt, dass das eine neue Safe Zone released ist. Weil er permanent im Zoom ist. Wie unnormal ist das denn? Aber der Punkt da oben war saugeil, finde ich. Mhm. Das, finde ich, ist cool gemacht, finde ich, von den Entwicklern. Dass sie so kleine Sachen da, wie diesen kleinen Unterschlupf da oben am Berg. Ja, ja. Ja, es gibt ja auch an dem Berg so kleine Nischen. So, so... Ja, alte Minen halt, wo auch nochmal Moon rumliegt. Also richtig geil. Und dann hab ich letztens eingesehen, die Map ist mit sehr wenig Liebe gemacht. So Review. So was? Ja. Die... Die setzen zum Teil Grafik auf dieselbe Stufe mit... Ja, mit Liebe gemacht und sowas. Also das ist totaler Blödsinn. Besonders das Spiel kann so gut wie jeder PC spielen, den es heute gibt. Ja. Mhm. Und ich finde immer, man sollte eher was für die Masse machen, als so für... Was weiß ich. Dann hab ich halt einen High-End-Gaming-PC, aber meine Güte, ne? Ja. Was bringt's mir? Was bringt mir zum Beispiel so ein Crisis, was es ja auch schon gegeben hat, das selbst auf neuesten High-End-Rechnern geruckelt hat auf höchsten Einstellungen. Ja, das war geil. Beim ersten Crisis war das, glaub ich, da brauchte doch jeder einfach einen neuen PC. Ja? Ja. Wo ich mir denke so, okay, wieso? Wieso muss das? Dann hat Papa angebettet, komm Papa, wir fahren zum Computer da und du kaufst mir einen neuen PC. Ja. Nein. Hat leider nicht funktioniert. Oh, arm is fresh. Ja. Wollen wir mal einen Warnschuss hierüber abgeben? Nee, nee, die sehen uns schon früh genug. Ach, shit. Komm, wir gehen direkt, bevor es zu spät wird. Die sehen uns nicht. Nur die Hoffnung. Jetzt wird gar keiner drin sitzen. Hat sich einfach nur einer einen Spaß gemacht, dass er hier ein paar Autos... Die Autos sind weiter. Ja, ja. Und ist verreckt. Muss mal kurz was machen, dann geht's sofort weiter. Ja, der TS laggt auch schon wieder. Echt? Ja, zumindest bei dir. Ja, ein bisschen, ne? Zumindest bei dir. Okay, runtergefallen. Dann fällst du runter. Ja, komm, geh mal unten lang. Ich mein, hier sind wir, glaub ich, dann schon safe. Hm, ich bin mir nicht sicher. Sind wir... Theoretisch könnten wir hier bleiben. Oh ja, doch, doch. Wir sind G6. Ja, das passt. Kommt man hier irgendwie rein? Kommt man hier irgendwie rein? Das Problem ist, von hinten werden welche kommen. Sollen wir auf die Insel rüber? Ist die noch safe? Die ist safe. Ja, die ist safe. Geh mal auf die Insel rüber. Ich glaub schon, dass sie safe ist. Wir gehen grad nach Südosten. Wenn das jetzt 7 ist, ist es nicht mehr safe, unbedingt. Mein, 7 ist leicht safe. Aber es passt. Da fliegt aber ein Bomber drüber. Nee, der passt auch, der passt auch. Und Thresh ist weg. Boom, boom, boom. Wir sind jetzt grade 7. Ich bin mir nicht sicher. Das passt. Oh ja, das passt. Ganz knapp wird es passt. Das sag ich. Ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht nicht unbedingt hier, aber an dem Ende auf jeden Fall. Die Autos bewegen sich. Ja, die Autos haben sich bewegt. Zwei von denen zumindest. Drei. In einem sitzen zwei. In... Polizei-Auto einer. Steigen aus. Einer ist ausgestiegen. Zwei, drei. Die sind da an den Masten jetzt. Ja. Okay. Möglichst in Deckung bleiben, damit die euch vielleicht nicht direkt sehen. Und auch mal nach hinten Ausschau halten. Ich beobachte es ja mit dem Fernglas. Hoffentlich hat er Eifi recht, dass wir safe sind. Notfalls war es Richtung Brücke wieder hin. Ja. Na ja. Na ja. Notfalls würde ich da rüber rennen. Da drüben ist safe. Ich stehe am äußersten Busch. Wow. Schießen die auf dich? Ja. Dann geh in Deckung. Weil die echt knapp bei mir eingeschlagen sind. Ich blute. Geh in Deckung und verbinde dich. Alter. Alter, die haben ja extrem getroffen. Ja, du musst bedenken, vier Leute schießen auf einen. Oh, mich haben sie auch. In Deckung. Wie kriegen wir die jetzt da weg? Das ist die Frage, Freunde. Ich würde gar nicht wieder hochgehen. Vielleicht kommt die Safe Zone zu uns. Blei runter. Geh runter. Geh runter, MG. Er will nicht hören. Ich, ich loote ihn dann. Ja, viel Spaß dabei. Pass mal hinter uns auf. Bisschen Sperrfeuer hier. Achtung Gas kommt langsam. Shit, ich muss nachladen. Ich bin im Gas. Ich bin auch im Gas, shit. Ah. Wow. Die schießen auf mich. Ich bin gleich tot. Auf mich aber auch. Die schießen auf alle. Ja. Treffen. Und das wunderbar. Ich, ich komme auf der anderen Seite nicht mehr an. Mich hat noch keiner getroffen. Jetzt. Oh fuck. Moderate. Vor allem jetzt muss ich stehen bleiben zum Verbinden, dass ich das überleben könnte. Nice. Jetzt treffen sie nicht mehr. Ja, mich treffen sie. Hier, safe, hier, safe. Hier, safe. Ich bin safe, ja. Alter, ich bin Motorrad bleeding. Ich bin bei der Brücke. Alter, ich bin tot. MG ist tot. Er läuft bei mir noch. MG läuft bei mir noch. Ja, ich stehe auch komischerweise noch. Der hat 99% Health. Hab ich den getroffen? Nein. Dann hätte der weniger. Ja, kann das sein, dass er eine Gauze oder so drin hatte. Oh fuck, wir müssen zu denen, Alfie. Okay. Oh, sie schießen auf mich. Nee, schaut bei den anderen vorbei. Wir treffen. Ich sag tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal.